Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was jetzt kommt, weil das tut mir wirklich weh, dass bei den ganzen Copy-Paste hier auf YouTube das bisher keinem aufgefallen ist. Charlie Munger, genialer Investor und bekannter Geschäftspartner von Warren Buffett, sagte einmal, die ersten 100.000 Dollar sind deutlich schwerer als die nächsten Schritte zu einer Million. Und weil das aufgrund verschiedener Punkte auch schon realistisch ist, macht hier wirklich eigentlich ganz YouTube, einfach Copy und Paste und schreit das Märchen in die Welt hinaus. Warum angeblich ab 100.000 Euro euer Depot explodieren soll und wie das Ganze auch noch einfach und sicher sein soll. Ob bei englischsprachigen YouTubern oder auch bei uns in Deutschland. Dieses Thema wird aktuell hoch und runter kopiert, sogar inklusive der Thumbnails, wie ihr hier sehen könnt. 100.000 Euro oder 100.000 Dollar schwer, eine Million einfach. Wie gesagt, Titel und Thumbnail werden hier teilweise einfach blind kopiert. Grund genug, heute einmal darüber zu sprechen, warum die erste Million, vor allem in Deutschland und Europa, weit schwieriger ist als die ersten 100.000 Euro. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn einige Gründe, warum das so ist, werden euch sicher überraschen. Hallo, mein Name ist Thorsten und wir bei Team Westman unterstützen euch dabei, richtig zu investieren und dabei Steuern legal zu minimieren. Auf YouTube wollen wir euch vor allem zeigen, wie man teure Fehler vermeidet und sein Geld richtig für sich arbeiten lässt. Das heißt, es gibt Realtalk und keinen generischen 0815-Content. Schauen wir uns zu Beginn erstmal Charlie Mangers These an. Und zwar besagt diese im Endeffekt, dass die ersten 100.000 Euro die schwersten sind, da man mit kleinen Kapitalbeträgen, begrenztem Einkommen und fehlender Erfahrung und auch psychologischen Barrieren kämpft. Sobald allerdings dann die ersten 100.000 überschritten sein soll, soll hier ein stärkerer Zinseszinseffekt wirken, was dazu führt, dass die nächsten 100.000 in einer deutlich kürzeren Zeit erzielt werden als die ersten 100.000. Man hat also einfach bessere Investitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus soll es so sein, dass man eben mit einem höchstwahrscheinlich steigenden Alter, höherer Berufserfahrung, sein Gehalt steigern kann und damit auch ein höheres Budget hat zum regelmäßigen Investieren. Der dritte Punkt bezieht sich dann auf den Anleger selbst. So soll eben der Anleger aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen eine gesunde Risikobereitschaft entwickeln und auch außerdem eine gesteigerte Motivation zum Sparen haben, da man ja schon die ersten Erfolge erzielt hat. Und einfach aufgrund dieser drei Punkte soll es ab einem Vermögen von 100.000 Euro oder 100.000 Dollar noch beim Manga leichter sein, auf eine Million zu kommen. Ich will euch jetzt natürlich nicht mit meinem Thumbnail klickbeten und deshalb kommen wir jetzt auch schon direkt zu meinen Kritikpunkten. Also mal abgesehen von den Key Takeaways wie früh anfangen, konsequent sparen und natürlich euer Humankapital, also euer Wissen, eure Erfahrungen steigern, ist daran erstmal natürlich nicht alles falsch. Aber es wurden hier meiner Meinung nach doch wirklich extrem wichtige Punkte häufig unterschlagen in diesen Videos. Denn grundsätzlich stellt sich ja erstmal die Frage, ist das Thema 100.000 oder eine Million überhaupt relevant? Die 100.000 sind heute wie damals ein doch etwas bliebiger Meilenstein. Quasi die erste Summe, die gleichzeitig erreichbar ist, aber auch ein signifikantes Vermögen darstellt. Doch sind das alles nur diese Grundregeln auf Kindergartenniveau und eigentlich können wir doch das auf jede beliebige Vermögenssumme anwenden. Die ersten 10.000 sind auch schwieriger als die nächsten 10.000 oder die erste Million ist wahrscheinlich auch deutlich schwieriger als die nächste Million. Deshalb kommen wir jetzt erstmal zu meinen Kritikpunkten. Die Regeln, die in diesen Videos häufig dargestellt werden, lassen sich grundsätzlich auf quasi alle Summen anwenden. Deshalb müssen wir meiner Meinung nach erstmal Charlies Aussage inflationsbereinigen. Denn ganz ehrlich, 100.000 Euro oder auch Dollar sind heute nicht mehr viel. Und eigentlich ist davon auszugehen, dass es um die Kaufkraft der 100.000 Dollar geht und nicht um die 100.000 selbst. Wenn wir das jetzt einmal inflationsbereinigen, sind 100.000 Euro heute eher knapp 500.000, wenn wir davon ausgehen, dass die These aus 1970 kommt und wir seitdem eine Inflation von rund 3% hatten. Und alleine daran sieht man schon, dass viele der genannten Regeln davor nicht wirklich helfen. Denn bei Sparraten um 20% eures Nettos, also beispielsweise 500 Euro im Monat und den dort genannten Renditen von 7, vielleicht auch mal 10%, ist das Thema nicht so einfach, auf jetzt eine halbe Million zu kommen. Auf 100.000 vielleicht ja, aber auf 500.000, das ist eine ganz andere Nummer. Zumal, stellt euch mal vor, ihr wollt heute anfangen auf 100.000 Euro zu kommen. Dann sind diese 100.000 Euro in Zukunft, wenn ihr die 100.000 erreicht habt, ja beispielsweise eigentlich schon wieder 200.000 Euro in der Kaufkraft. Oder eben wie hier im Beispiel eher 500.000. Wenn man das also noch weiter spinnt, können die 500.000 in Zukunft vielleicht sogar die erste Million sein, die ja angeblich einfacher sein soll als die ersten 100.000. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Inflation hin oder her, es geht doch bei diesen Videos um das Mindset. Kommen wir direkt zum Kritikpunkt 2. Weitere Probleme dieser Inflation, die euch dann eben auf dem Weg treffen, wenn wir von 100.000 zu einer Million kommen wollen. Denn generell ist es vor allem dann ein Thema, wenn wir vielleicht in eine Situation kommen, wo die Inflation, also die Steigerung eurer Ausgaben, ja, schneller steigt als euer Einkommen oder eure Gehälter. Und das war zuletzt gar nicht mal so selten. Also, dass die Lohnsteigerungen nicht eins zu eins mit der Inflation gestiegen sind. Und das bedeutet nämlich, selbst wenn ihr 100.000 Euro ja schon habt und auf dem Weg zur Million seid, müsst ihr vielleicht Geld entnehmen aus eurem Vermögen oder spart in Zukunft generell weniger von eurem Einkommen und schon rückt die Million einfach wieder deutlich weiter in die Ferne, da der Zinse-Zinseffekt nicht mehr so groß ist. Ihr habt einfach erstmal das Problem, dass wenn euer Gehalt jetzt eben nicht mit der Inflation mithalten könnt, ihr Entnahmen tätigen müsst. Auch eine Gründung einer Familie beispielsweise auf dem Weg nach 100.000 Euro kann zu sinkenden Sparraten führen. Einfach weil man einen höheren Lebensstandard halt für die gesamte Familie braucht und das dann das Sparen nicht so leicht macht wie noch davor. Außerdem können auch neue Verpflichtungen dazu kommen. Beispielsweise das Pflegeheim für die Eltern oder einfach dann die Finanzierung des Studiums eurer Kinder. Und das sind alles Punkte, die werden in den Videos in der Regel nicht genannt, dass es eben ab 100.000 vielleicht deutlich schwieriger sein kann, weiter so zu sparen wie davor. Und ja, jetzt wird es absolut banal, aber in fast allen Videos wird sich ja auf gewisse mathematische Modelle wie den Zinses-Zins fast schon herumgeritten. Einmal der Hinweis an der Stelle, dass es natürlich schwerer sein muss, von 0 auf 100.000 Euro zu kommen, als von 100.000 auf eine Million. Ganz einfach. Wenn wir den Vergleich von 0 auf 100.000 machen, ist das ein ganz anderer Vergleich als von 100.000 auf eine Million. Der echte Vergleich wäre eigentlich von 10.000 auf 100.000. Denn ab dem Moment haben wir bei beiden eine Verzehnfachung und so gesehen wäre die 0 zu 100.000 eine unendliche Entwicklung. Und natürlich, wenn wir uns jetzt mathematische Formeln anschauen, verzerrt das extrem viel. Ich denke mal, ab dem Moment dämmert es jetzt dem einen oder anderen auch schon vermutlich. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, was ich damit meinen könnte. Hast du den Kommentar schon geschrieben? Sehr gut. Schauen wir uns das jetzt einmal an. Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was jetzt kommt. Weil das tut mir wirklich, wirklich weh, dass bei den ganzen Copy und Paste hier auf YouTube, das bisher keinem aufgefallen ist. Natürlich wirkt hier der Zinseszinseffekt. Aber der Vergleich von 0 zu 100.000 und von 100.000 zu einer Million ist viel zu kurz gegriffen. Der richtige Vergleich wäre, wie gesagt, von 10.000 auf 100.000 und dann von 100.000 auf eine Million. Warum? Nehmen wir einmal an, ihr habt schon 10.000 Euro Anfangskapital und ihr erzielt eine jährliche Rendite von 7% ohne Zuzahlungen. Dann benötigt ihr 34 Jahre, um auf 100.000 Euro zu kommen. Jetzt jeder, der natürlich Mathe kann, wir haben ja eine Verzehnfachung. Das bedeutet auch, dass wir von 100.000 Euro bei 7% genauso lange auf die eine Million brauchen, wie in dem Beispiel davor. Das Ganze wird aber dann dadurch halt absurd, wenn wir quasi von 0 auf 100.000 Euro mit 100.000 zu einer Million vergleichen. Ja, an der Stelle muss man ganz klar sagen, dass natürlich die Sparrate also noch viel, viel entscheidender ist, als man vielleicht zunächst denken würde. Und ja, Charlie Manger ist hier ein guter Verkäufer von seiner eigenen These, weil man natürlich den echten Startpunkt und die Sparrate viel stärker gewichten muss, als das häufig in diesen Videos suggeriert wird. Also dieses mathematische Wunder. Ja, weil klar, mit 0 zu 100.000 im Vergleich zu 100.000 zu einer Million, man die falsche Bezugsgröße nimmt. Man nimmt ja eigentlich bei beiden einfach nur an, dass man eine Verzehnfachung hat. Deshalb ist eben die Sparrate viel, viel entscheidender und nicht nur unbedingt das eigene Mindset und dranbleiben. Es ist dann natürlich sehr blöd, wenn die Sparrate eben im Laufe der Zeit wegfällt oder eben auch geringer wird. Beispielsweise aus den zuvor genannten Gründen oder Themen, wo auch einem das beste Mindset eben nicht weiterhilft, wie beispielsweise dem Pflegefall der Eltern. Übrigens, lass gerne ein Like da, wenn es dir bis jetzt gefällt. Bleib auf jeden Fall jetzt dabei, wenn ihr auch plant, mal deutlich mehr als 100.000 Euro anzulegen. Fragen könnt ihr mir übrigens immer gerne direkt auf LinkedIn oder Instagram stellen. Da werde ich ab jetzt auch wöchentlich Q&As machen und veröffentlichen. Kommen wir zu meinem Kritikpunkt Nummer 4. Meiner Meinung nach wird das Thema Erfahrungswerte und Risikobereitschaft massiv unterschätzt. Da wir alle, vor allem als jüngere Investoren, uns auf die letzten 5, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre berufen. Und ganz ehrlich, da war es nicht schwierig zu investieren. Wer da nur 7% pro Jahr gemacht hat, der ist weiterhin in den Markt zurückgeblieben. Entsprechend ist auch häufig es dann eher so, dass die Geduld mittlerweile abnimmt. Und das sieht man auch schon hier auf YouTube. Beispielsweise schreibt dieser Nutzer hier, denke auch, dass du das eher hinbekommst, wenn du dein Vermögen aktiv managst mit Aktien. Bei ETFs kommt ja nicht mehr viel rum als 10%. Mit meinen Aktien habe ich die letzten 6 Monate ein Plus von gut 20% gemacht. Und hätte ich keine Experimente gemacht, wären es sogar schon 25 bis 28%. Das zeigt einfach schon die Ungeduld, die viele Leute da draußen haben. Und man darf einfach auch nicht vergessen, dass diese Ungeduld oder die psychologischen Hürden sich ändern ab 100.000. Weil vielleicht die Hürden oder die Probleme, die ihr bis 100.000 habt, das sind vielleicht ganz andere als die, die dann eintreten. Und damit ihr euch da einmal reinversetzen könnt, nehmen wir jetzt diese zwei Situationen einmal als Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid jetzt aktuell 30 Jahre alt, habt keine Kinder und ein 70.000 Euro Depot. Das wäre die Situation 1. Und dann versucht euch einmal in die Situation 2 hinein zu versetzen. Ihr seid 60 Jahre alt, habt zwei Kinder, diese sind noch im Studium, ein offenes Darlehen für ein Haus in Höhe von 150.000 und ein 700.000 Euro Depot. Also man könnte sagen, quasi Situation 1, ihr seid noch auf dem Weg zu 100.000. Und Situation 2 ist eben genau diese Situation auf dem Weg von 100.000 zu einer Million, was ja angeblich leichter sein soll, aufgrund von Erfahrungswerten. Und wie sieht es denn jetzt einfach mal aus, wenn wir eine schlechte Börsenwoche haben mit, sagen wir, minus 8% in 5 Tagen? Ja, das kann ja durchaus mal passieren und ist ja so gesehen auch nicht viel. Bei 70.000 im Depot heißt das jetzt, dass ihr 5.600 Euro Verlust gemacht habt. Kein Thema eigentlich, am besten jetzt nachkaufen. Wenn man aber jetzt mal das Depot mit 700.000 befüllt hat, kann es sein, dass an diesen paar schlechten Börsentagen, ja, man einfach mal das aktuelle Jahresnettoeinkommen verliert als Schwankung. Und man hat jetzt eben nicht mehr nur hier ein paar 100.000 oder 1.000 Euro in dem Fall, sondern wir reden von 56.000 Euro Kursschwankung. Und jetzt stellt euch, wie gesagt, Situation 2 einmal vor. Ihr seid kurz vor dem Ruhestand mit 60.000, ihr habt noch den Kredit offen und eure Kinder müssen noch unterstützt werden. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ganz kurz, ja, was macht das mit euch emotional? Ich höre immer wieder von Leuten, Mensch, es ärgert mich so, dass meine Eltern nicht gescheit investiert sind und bla 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 bla. Ganz ehrlich, hört einfach auf, so arrogant zu sein, von wegen Boomer-Investoren. Unsere Eltern werden sicherlich nicht viel dümmer sein als wir, aber bei den Summen bzw. bei den Themen, um die es hier geht, geht es ja um ganze Lebenswerke. Und das macht natürlich emotional was mit euch. Die letzten Jahre musste man wirklich kein Profi-Investor sein, um da ruhig zu bleiben an der Börse, wenn wir von kleineren Beträgen sprechen. Denn noch krasser wird es beispielsweise, wenn wir uns nochmal in die Situation von Corona hineinversetzen. Denn dort gab es einfach mal nicht 8%, sondern minus 24% innerhalb weniger Tage. Da frage ich euch wieder, was macht das mit euch emotional? Schauen wir uns auch wieder die Situation an. Selbst in Situation 1 tut das Ganze jetzt schon mehr weh, denn wir haben knapp 16.800 Euro in Kursverlusten. Aber ehrlich jetzt, was macht das jetzt mit der Situation, wenn ihr euch eben in Situation 2 befindet emotional mit euch, kurz vor Renteneintritt? Wir haben hier einen Kursverlust von 168.000 Euro netto gerechnet innerhalb kürzester Zeit. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass es mit Erfahrung und so weiter immer leichter wird zu investieren? Man wird vielleicht abgehärtet, ja. Aber leichter wird es sicher nicht unbedingt. Die jeweilige Lebenssituation, in der man sich befindet, wird meiner Meinung nach in all diesen Videos viel zu stark unterschätzt. Für diese beschriebenen Situationen ist es also oftmals sehr wichtig, sich wirklich gedanken über sein Portfolio und die damit verbundenen Ziele zu machen. Stellt auf jeden Fall sicher, dass dieses Portfolio auch zu eurer Lebensplanung passt und ihr euch nicht überschätzt, was das Risiko angeht. Und bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, seid auf jeden Fall bitte nicht zu überheblich und denkt, dass es an der Börse immer so easy ist wie zuletzt. Wenn ihr also grundsätzlich anfangen wollt, richtig zu investieren und dabei Steuern legal zu minimieren, ladet euch auch jetzt gerne einmal meinen sehr beliebten 6-Schritte-Plan herunter. Den verlinken wir euch auch hier unter dem Video. Kommen wir also zu Kritikpunkt Nummer 5. Der Zukunft allgemein. Was meine ich damit? Naja, die meisten Videos unterliegen der Annahme, dass die Rahmenbedingungen zu den ersten 100.000 den Bedingungen von 100.000 zu einer Million entsprechen. Das ist meiner Meinung nach ziemlich kurz gedacht. Beispiel wären zum Beispiel Marktbedingungen. Marktzyklen und wirtschaftliche Bedingungen können sich nämlich einfach jederzeit ändern. Was bedeutet das? Frühere Renditen können beispielsweise in der Zukunft nicht aufrechterhalten werden. Oder generell berufliche Erfolg und Unsicherheit. Auch wenn man anfangs vielleicht ein hohes Einkommen hat, kann dies im Laufe der Zeit schwanken. Jobverlust, Karrieresprünge sind nicht fest kalkulierbar. Und zuletzt können auch einfach staatliche Eingriffe, beispielsweise die Einführung einer Vermögensteuer, massive Veränderungen für eure Investitionen hervorrufen. Der letzte Punkt staatliche Eingriffe zeigt auch nochmal ein Thema ganz klar auf. Gerade wenn das Vermögen wächst, bleiben wir bei dem Beispiel auf dem Weg von 100.000 zu einer Million, können extreme Veränderungen viel mehr Schaden anrichten als am Anfang. So können schwarze Schwäne, also unvorhersehbare Ereignisse, erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Entwicklungen haben. Das wären beispielsweise massive Veränderungen in der Politik, wie zum Beispiel eine Vermögensteuer, eine Hyperinflation oder auch für uns heute nahezu verrückt klingende andere Ereignisse. Ja, ich weiß, das UFO war jetzt etwas arg verrückt. Vermutlich hätten wir dann auch andere Probleme, als die eine Million auf dem Depot zu haben. Dennoch, macht euch bewusst, dass ab 100.000 das Verhältnis von einem Einkommen zu Vermögen sich signifikant verändert. Erfahrung hin oder her, Themen wie Diversifikation, Asset Protection, aber auch vor allem die emotionale Stabilität sind bei weitem wichtiger, gegebenenfalls exponentiell wichtiger, als auf dem Weg zu den ersten 100.000. Am Ende des Tages ist es einfach immer wichtig und zwar wirklich immer wichtig, investiert zu sein, um sich nach und nach von der eigenen Arbeitskraft unabhängig zu machen. Denn spätestens im Alter wollt oder könnt ihr nicht mehr arbeiten. Schaut euch dazu auch gerne dieses Video an, wie euch vermietete Immobilien dabei helfen können, ein Vermögen aufzubauen. Und wenn ihr grundsätzlich anfangen wollt, richtig zu investieren und dabei Steuern legal zu minimieren, ladet euch gerne meinen sehr beliebten 6-Schritte-Plan herunter. Den verlinken wir euch auch wieder hier unter dem Video.